Er wird annehmen, dass Sie hier sind, um die schmutzige Wäsche der Firma zu untersuchen. Und genau das wird Ihnen von Ihren, ähm, meinen wahren Absichten ablenken. Warum geht das nicht? Er ist doch gleich da vorn. Warum reden Sie nicht selbst mit ihm? Ich wünschte, ich könnte es. Aber ich hab's mir schon selbst versaut. Er hat gemerkt, dass ich keine echte Käuferin bin. Kann ich Ihnen vertrauen? Das ist wieder eine Nebenquest, ne? Sie haben mir schon mal eine Menge Ärger eingebracht. Ich repräsentiere den Aramali-Stadtrat auf Tessia. Unsere Stadt ist bekannt für die Herstellung von biotischen Verstärkern. Wieso interessieren Sie sich für Binhex? Die arbeiten in der Genetikindustrie. Die Arbeit von Binhex dreht sich zum großen Teil um Biotiken. Gerüchten zufolge hat sich der Noveria-Zweig auf Azari-Biotiken spezialisiert. Extrem starke Biotiken. Für das Militär, um genau zu sein. Wir wollen alle möglichen Risiken für Azari-Rechte einschätzen können. Sie sollen sich als Käufer vorstellen. Im Namen der eigenen Zollsitzung ist es sehr interessant. Ihre Waffe ist eine Reaktion. Ich habe ein Dossier über die Anfänger. Das ist keine Hauptquest, ne? Was? Raumhafen verlassen? Herausgefunden? Ne. Das ist keine Hauptquest. Hotelbar. Also wir machen nur die Hauptquests, Leute. Zum fünftausendsten Mal. Arschu zum Hotel, hä? Oder sind wir schon da? Ein gutes. Lurik. Q-In. Rafael. Nach einem Jahr erhalte ich Aktienoptionen. Haben Sie von dem Ferienort hier gehört? Am Äquator? Ah, Lurik. Q-In. Da haben wir auch nochmal ein Dingens. Ein Ausrufezeichen auf der Map. So, Lurik. Guten Tag. Setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Lurik. Q-In. Sind Sie Lurik. Q-In. Okay, junge Leute. Natürlich, ne? Q-In. Was auch sonst? Mir kann ein alter Torianer wie ich Ihnen denn helfen. Ich muss zum Gipfel 15. Ich muss in die Garage, um an andere Orte zu gelangen. Sie brauchen einen Pass. Was für ein Zufall. Ich bin der Leiter des hiesigen Büros von Syner-Q. Zumindest im Moment. Mr. Anoleis hat mein Büro geschlossen. Er behauptet, Berichten über meine Korruption nachzugehen. Der Administrator ist ein interessanter Mann. Er ist ziemlich reich geworden, seitdem er die direkte Kontrolle über die Mieten hat. Hm. Ein interessanter Zufall. Hat das wohl einen Zusammenhang? Allerdings. Ich habe Beweise für Anoleis Machenschaften. Er heuerte Schläge an, die in meinem Büro danach suchten. Ich vermute, dass Ihr Ziel außerhalb dieses Raumhafens liegt. Mr. Anoleis hätte was dagegen, Sie umherstreifen zu lassen. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Äh, klingt gut. Klingt nach einem fairen Handel. Es könnte erforderlich sein, gewaltsam gegen Mr. Anoleis schnell vorzugehen. Mitglieder des Sicherheitsteams von Hanschan haben mein Büro durchsucht. Er bezahlt sie insgeheim. Mischmatsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung. Äh. Ich werde mich darauf konzentrieren, Ihnen die Beweise zu liefern. Wenn ich Glück habe, muss ich gegen niemanden kämpfen. Großartig. Hier ist mein Zugangspass fürs Büro. Er aktiviert den Fahrstuhl. Die Beweise sind in meinem Bürocomputer. Die OSD enthält einen Zugangscode, mit dem Sie darauf zugreifen können. Stecken Sie sie ins Laufwerk. Der Rest geschieht automatisch. Und vermeiden Sie Blutflecken auf dem Teppich, ja? Okay. Hier runter oder wo genau jetzt? Einbrechen. Nehmen Sie den Fahrstuhl auf die unteren Ebene, um zu sinken IQ. Okay. Da waren wir ja eben. Wir waren ja kurz davor, dort hinzugehen. Da war auch das Icon mit den Fahrzeugen. . So, hier wären wir richtig, denke ich. Partial zu Sync IQ. Die nicht... Egal, die lassen die in Ruhe. Das ist das Ziel. So, ich muss mich auf jeden Fall abregen, ja. Ich reg mich immer auf, wegen kleinen Fehlern. Das Spiel ist halt aus 2007. So, was geht hier vor sich? Ah, die beiden können wir nicht nehmen, weil wir das nicht... ...geskillt haben. Ist ja... Die beide sollten verschwinden. Ich gehe jetzt da rein und möchte sie nicht verletzen. Warum verschwinden sie nicht einfach? Tun wir einfach so, als wäre das nie passiert. Wollen Sie Ärger machen? Uah, Alter. Der Übergang einfach. Warum ist meine Waffe so geil? Leute, das ist das Präzisionsgewehr. Hä? Warum ist das Präzisionsgewehr so geil? Komm her, Junge. Ah, das ist eine neue Waffe, ne? Jetzt verstehe ich's. Das ist die neue Waffe und die ist... Das ist natürlich ne Burst-Waffe. Geil. Ist komplett anders. Computer-Konsole. Starte manuelles Überbrücken. Oh. So. Bericht über vermisste Personen. Zu Händen Administrator Anolis. Ein Mann namens Garot sucht nach Informationen über den Aufenthaltsort einer unserer Frachter. Er glaubt, dass das Schiff seines Bruders auf der Reise durch das Streunuss-System von Piraten angegriffen worden sein könnte. Untersuchung läuft. Das war das Dokument. Da haben wir auch noch was. Upgrade-Kit. Nehmen wir dankend mit. Abgeschlossene Kiste. Das machen wir auch kurz. Alter. Die Steuerung ist so scheiße, ne? Wir wären da schon längst durchgekommen. Oh lol. Nice. Waffen spinnt? Geil, man. Hier ist so viel Loot. Wir knacken das alles. Keine Sorge, Leute. Hier ist nix mehr. Aber gut, dass ihr noch guckt. Hier gefällt mir. Da war halt noch einer. Hallo? Hallo? Äh? Eigentlich haben wir schon alles, was wir brauchen. Medizin-Kit. Oh ne, das ist der Computer. Das eben war einfach irgendein Schrott. Oh lol. Sie laden die Beweise von den Logos-Computer herunter. Ah. Sicherer Wand-Safe. Dechiffierung-Fertigkeit zu gering. Und er. Okay, haben wir Punkte. Das müssen wir selbst dechiffrieren. Wir haben aber nicht mal so einen Skill. Er hat das. Rückgäng machen. Geht das nicht. Haben wir vielleicht was falsch gemacht? Nochmal. Komm schon, Junge. Garus. Passen Sie auf, wo Sie hintreten, Shepard. Technisch gesehen sind wir nicht mehr im Citadel-Sektor. Sieht aus, als würde der Schneesturm da draußen noch eine ganze Weile dauern. Also, wir können ihn nicht dazu kriegen, dass er das macht. Also, wir können hier gar nichts machen, ne? Ohne Witz. Mann, ich reg mich wieder auf. Aber wir können halt echt nichts machen. Wir haben halt nicht mal einen Dechiffrierung-Skill. Oh lol. Das sind die Wachen. Wir kriegen jetzt Ärger. Sie sollten nicht hier sein, Shepard. Äh. Wer sind Sie? Sie haben einen Vorteil, Miss. Oh, jetzt wollen Sie mir Respekt erweisen. Ich bin Sergeant Kaira Sterling, Schutzabwehrfürsorge Elanus. Anolais würde Sie für das, was Sie hier getan haben, deportieren. Ich nicht. Wissen Sie, was man auf meiner Welt mit Copkillern macht? Ihre Männer haben Dreck am Stecken. Sie sind außer Dienst hier und brechen das Gesetz, weil sie geschmiert wurden. Äh. Ich bin auf einer Mission. Ich muss meine Mission beenden. Und tat, was ich tun musste. Ist mir egal. Oh man. Ich dachte, sie sind cool. Gut. Für eine Sekunde dachte ich das. Da kriegen sie einen Headshot. Das war's mit dir. Oh lol. Pass auf. Wir haben die gerade einfach gekillt, ne? Und zwar One-Hit. Das ist schon peinlich. Und bitter. Oh nein, 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 nein. Nice. Ah, das war nur ein optionaler Raum. Wie ich sehe. Nicht mitten in einem Kampf. Alter lol. Ich wollte an den Computer. Nicht. Und ich mit dir reden. Boah, das haut übelst rein, Leute. Ne? So, Fahrstuhl. Oh, oh, noch jemand? Kriegen wir wieder Ärger? Es gab Berichte über Lärm im Büro von Syn IQ. Wissen Sie vielleicht was darüber? Waren wohl Anolay-Skauner? Es waren bestimmt Anolay-Skauner, die alles auseinander nahmen. Sie sind ein Klugscheißer, was? Gut. Damit kann ich umgehen. Oh Mann. Wir treffen uns auf einen Drink im Hotel, bevor sie mit Keen reden. Ich werde auf sie warten. Okay, das ist etwas besser gelaufen, wie ich dachte. Na gut. Genau. Das machen wir jedoch erst in der nächsten Folge. Denn das war es ja an dieser Stelle erstmal mit der Folge, Leute. Lasst gerne ein Like da, abonniert, kommentiert und passt auf euch auf. Das war es ja an dieser Stelle. 05 9 Nm inции Von sedan A J B Vielen Dank.